Die Angehörigen der bei einem Filmdreh getöteten Kamerafrau Halinja Hutchins haben Klage gegen Hollywood-Star Alec Baldwin eingereicht. Hutchins war vor knapp vier Monaten während der Dreharbeiten zu dem Low-Budget-Western-Rast auf einer Film-Range durch eine echte Kugel in einer Requisitenwaffe erschossen worden. Die Ermittlungen der Polizei zur Frage, wie es dazu kommen konnte, dauern an.